Fiona Erdmann lüftet ein gut gehütetes Geheimnis. Sie zeigt erstmals das Gesicht ihres Partners Mo. Seit fünf Jahren sind die beiden nun schon zusammen, sie haben zwei gemeinsame Kinder. Aber auch wenn das Model sonst vieles aus seinem Familienleben teilt, bleibt ihr Freund immer versteckt. Bis jetzt! Im Netz posiert Fiona nun kuschelnd mit ihrem Schatz und schwärmt darunter von der Zukunft. Nun startet ein neues Kapitel, ein weiteres gemeinsames Projekt. Wir zwei zusammen, so dass es jeder sehen kann. Dich endlich sehen kann. Wäre sonst auch zu schade, weil du einfach so verdammt gutaussehend bist. Mo will im Netz jetzt offenbar selbst voll durchstarten. Er kann auf seinem eigenen Instagram-Account in nur einem Tag schon 18.000 Follower gewinnen. Dabei will er eigentlich gar nicht in die Öffentlichkeit, wie Fiona 2021 im Promiflash-Interview klarstellt. Ne, also Mo hat von Anfang an einfach auch gesagt, dass es für ihn nicht so, also es ist nicht so sein Ding. Er mag nicht so gerne in der Öffentlichkeit stehen und das finde ich auch total in Ordnung. Also ich finde, nicht jeder muss jetzt irgendwie dieses Ich-möchte-präsentiert-werden-Gen haben. Das hat sich nun offenbar geändert und man darf sich ab jetzt auf Pärchen-Content freuen.